Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey, ich bin euer Führer Bohr und Der Typ geht mir auf den Sack, vielleicht sieht der mich ja nicht, dann kann ich ihn von hier oben holen Er geht aber weg, okay Loot, hier haben wir auch noch was Was haben wir denn hier? Wollen wir mal Vielleicht kriegen wir hier irgendwo einen Schmied Schmiede Oh Ja, da sind viele Gegner Dafür, dass es wirklich so kleine Orte sind eigentlich Vor allem, interessant ist es jetzt so Designtechnisch Gefühlt alles, nehmt man dreimal hintereinander ab Junge, du sollst da hoch Alexander, danke Zulank, hier sieht er mich Natürlich sieht er mich Nein, hier ist niemand Immer dreist Das klappt sogar auch gleich Also Leute sehen das natürlich Ich frage Ich frage Hier kommt hier auf jeden Fall auch Welchen sollten wir als Angreifer greifen, nehme ich hier auch an Kommt ihr hier nicht rein, oder? Warum kommt ihr hier nicht rein, sag ich mal da? Ich frage Wie ganz von uns normal sind die ja immer Ich da auf mich zu holen, ne? Zu hegen Ich bin gespannt Mord? Mord? Kein Mord gesehen? Mord? Unglaublich Jetzt kann ich ein Problem kriegen Ich springe einfach auf den Kopf wenn er näher reinkommt Warum kommst du hier nicht rein? Das lief dann doch besser als gedacht Ja, wenn der Schmid hier was mehr verkaufen würde Ja So Ja Guck dir echt? Hier soll ich nicht rein oder? Hä? Ich bin verwirrt Aber es wird auch schon nix hier Oh Kann man sich ja richtige Waffen gönnen Äh Kann sich einmalige Ausrüstung eigentlich beim Händler wieder zurück kaufen? Frag ich mich gerade Das soll ich auch machen einfach So Eieieieieiei Warum ist das hier alles so Staubig Rauch, ich weiß es ist Rauch Ich weiß es auch noch mal ein Synchronisationspunkt, okay? Wieso? Was haben wir denn jetzt hier? Zähl mal Lass ich auf jeden Fall schon mal Gegner Ja Hier ist auf jeden Fall was abgefackelt, okay? Hm Vor allem mit dem Zack Ja du Das hab ich gar nicht gesehen Voll Voll Immer schön am stehlen Alright Ja Ich läuft der mir jetzt hinterher Ja Ey Ich glaube den Sack oder so Zack Gut Erledigt Das war eh schon, hier, der verbrannte Tempel, ey. Oh nein, nein, achso, ich hab auch schon zwei Typen, die nach mir suchen, okay. Ah, guck mal, hier ist die halbe Stadt abgefackelt. Deswegen ist das so, ja, okay. Sollte es wissen, aber wir haben auch keinen Schmied gefunden. Die Dinger, wie nennt man die hier? Das waren ja nicht Katapulte, wie nennt man die nochmal? Ich weiß es nicht. Ambrust ist ja auch zu plump, glaub ich. Ich weiß es nicht. Hier sind verdammt viele Gegner. Hier sehr wenig Raum. Wahrscheinlich, wenn ich meinen Bogen abgewählt hätte, kann ich die holen. Darf ich hier sein? Hier darf ich mal sein. Holen aber auch, so, hier komm ich nicht rein. Natürlich. Hm. Warum sagt das, hier zwei Sildnamen in der Package ab? Und welche Leumände müssen hier rumlaufen. Ich muss echt noch wie gerade. Nein, seit der Anfange. Nö, nö, nö. Alles gut. Alles gut. So. So. Hier brennen ich schon mal zu direkt, Säcke. Und ich bin gerade mit derart, Säcke. Okay. Halt. Wo ging der Pfeil hin? Irgendwas ist mit dir verkehrt? Wenn man schon auf den Sack geht Ach, der ist jetzt auch hoch Und scheiß Ach, Mann Jetzt können sie wallern, oder wie? Das ist keiner, der sich hier so hintrot Ich werde auch oben rein Oder nicht Nein, ich werde das Finsterkissen nehmen Wieso habt ihr mich jetzt gesehen? Bist du verarschen, oder? Ey, was läuft denn jetzt hier alles rum? Ich muss ja irgendwann ein Befehl zu haben Rücken den da auch schon, ist okay Bist du verarschen? Was ist das? Wohin wieder her? Ups, das wollte ich gar nicht Ey, diese Pfeile Hi Tschüss So, mach ich diesen Schass hier eigentlich So Hallo So So Oh Oh Ey So Oh, ich will da weg, ich will da weg, ich will da weg Oh Alter Wir machen plötzlich so einen Schaden, das ist heftig What the fuck Oh, und wo hat man jetzt der Speicherpunkt? Ich hoffe, krass, dann Krass nicht weit hinten, ey Hier passen die Wachen sicher gut auf Oh, okay, ist einfach alles wieder zurückgesetzt hier Was ist der hier? Eine Mission, okay Sehe ich nur die Typen da töten, ne? Ich bin nicht da Nicht da Warum sind hier so viele Waffendinger? Boah, die Spass ist echt extrem viel hier Hölle hat von mir Ach, der da Boah, die auch wirklich alles für Fähigkeiten haben, die Leute, was ist denn los? Hä? Ich verstehe, das Spiel gerade nicht mehr so Oh, okay, ihr habt auch alle, was ist da gegen mich, okay? Du bist da ein Führer, naja So 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 Alter Hallo Warum kann ich mich schon wieder nicht heilen? Man, warum funktioniert das die ganze Zeit nicht? What the fuck Ey Wie oft bin ich in den letzten Jetzt, wie viele Folgen haben wir? 148 oder so? Irgendwie sofort, ne? Wie oft gestorben? Zweimal Und jetzt Sterbe ich irgendwie alle zwei Sekunden What the fuck Ja, tötet ihn noch vielleicht bei Kassandra Was wird Ach jetzt Hat er überlebt, okay Alles klar Junge, komm her und stirb Danke What the fuck, ey Junge, warum Warum musst du die Waffe noch fehlen? Ich will doch schon gar nicht töten Ach Mit diesen treulosen Tomaten hier Ach ja Wo willst du hin? Ah, Junge Kassandra, Alter Spiel ist gerade echt so Semi-geil Wird aber nicht getroffen, alles klar Greif einfach so irgendwelche Zivilisten an Ist okay Ich glaub's nicht Was ist verkehrt mit dir, Kassandra? Okay Da komm ich mit uns rein Nice Ja, tötet ihn, ich darf Ja, danke Guck'n So Hallo Junge Was ist verkehrt mit dem Spiel gerade? Was ist verkehrt? Junge Was ist verkehrt gerade? Warum funktioniert das Spiel gerade nicht mehr? Ist das wirklich, weil ich Level 70 erreicht habe, plötzlich alles nur kaputt, oder wie? What the fuck Oh Ah, stirb, du Wichser Wie funktioniert das noch, ey? Junge Du siehst mich gerade durch die Wand Ist okay Kann man ja mal machen, ne? Kann man ja mal machen So 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 Pfff So So Das Spiel hat doch gerade irgendwie an allem hängen, ne? Kamoskarten, irgendwas ist am Spiel gerade kaputt gegangen, glaub ich Irgendwas am Spiel gerade kaputt gegangen Hallo So Okay Okay Cool Okay Gut gern hier weg Sie läuft ja total behindert Junge Mädchen, da Doofe, komische Frau Was mit dir? Hallo Ich will den da töten Ja, ich Jetzt komme ich hier nicht über diesen scheiß Zaun drüber Danke Störp So Zack BAM 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 So nen scheiß Lux zu treffen soll so ne Kunst, ne? Ja, ja, guckt euch das an! Plötzlich mein komplettes Leben weg! Was ist verkehrt? What the fuck? Kannst du mich erzählen, dass plötzlich, weil ich Level 70 bin, plötzlich der Schwierigkeit gerade so krass angestiegen ist? Holy shit! Ich habe vorher vier, fünf, fünf selten auf einmal bekämpft. Okay, ein bisschen mit Glück auch, aber ist ja jetzt gar nichts mehr möglich. Warum ist dieses Gebiet auch so eklighaft konzentriert mit Gegnern? Holy shit! Boah! Ich krieg gerade echt das Kotzen vor dem Spiel. Weil einfach gar nichts funktioniert. Einfach zum Anführer gehen und ihn töten. Zack! Das hat wenigstens schon mal geklappt. Dann laufe ich das aber durch um die Kisten hier. Ist auch erledigt hoffentlich. Warte mal Platz, Mann. Soja, ja, ja, ist okay. 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 Ja, Kassana bewegt dich eigentlich. Ist okay. Ja, ja. Oh, Leute. Ich hab jetzt bitte... ...einmachen, Juncker. Oh, denkt nicht dran. Es hältst ja wie ein Kind. Ah! Ich freu mich echt, was hier los ist, dass ich das nicht mehr Wink kriege hier. Was ist mit dir, Junge? Wann doch mal. Oh, Umschlacht verfügbar, cool. Ja, Cassandra, weißt du, wenn du läufst, wenn du nicht nur guckst. So, what the fuck. What the fuck, Spir. Guckt euch an, wie viele Gegner hier einfach sind. Wie viele Gegner mit Krone hier sind. Aha, nix, nix verloren, hm. Was ist denn mein... Den hier an dem muss ich mir noch holen, ne. Vanditenhaus, Vanditenhaus. Wow, wie kreativ die Aufgaben auch sind, ne. Es ist ein Akt hier, erst mal diese Scheiß-Stadt hinzukriegen, ne. Noch kein Befehlzimmer ausgeschaltet von denen. Puh, 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 ja, ne. Ich kann mir jetzt mal wieder zur Normalität übergehen und mich in Frieden lassen. Ach, wo kommt ihr denn alle her, Alter? Ich hab mich gerade so ein bisschen verarscht. Ja, Kassandra, weich halt mich aus. Ist okay, ich bin einfach hier am Pfosten am hängen. So, den schon mal weg. Ja, okay. Super, den Schlag geblockt von ihm. Ja. Habt ihr gesehen, wie sie die Angriffe verblockt? Mich gar nicht. Oh ja, hilft mir schon nicht. Ja, verüftet euch gegenseitig, find ich gut. Junge, 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 hast ein verkehrt im Spiel gerade. Ach, Level 37er jagt mich auch noch. Ja, 73er jagt mich, Entschuldigung. Junge, in der Fall gab ich gerade echt null Spaß. Gut, wenn wir ihn machen, dann springen wir das ganz einfach. In dem brauch ich mich nicht sterne. Der wird mich zerficken. Ich hab ja schon gegen normales, da hab ich ja schon Probleme. Wenn der jetzt noch rot ist, dann kann ich einen packen. Gut, dann machen wir es mal da. Killen den Typen, dass er Kopfgeld weg ist. Und dann können wir hier mal noch ein bisschen was Labe machen. Jetzt haben wir, glaube ich, alle weggelockt, ne? Und dann können wir uns vielleicht nur noch die Kiste hier holen. Dann brauchen wir einfach nur noch ein bisschen sneaky vorgehen, vielleicht. Das nächste Mal. Das ist noch die eine Kiste, ja? Vielleicht hab ich ja Glück, ich hab ein bisschen was von dem Kleingedöns. Ach, natürlich ist er hier. Vielleicht hab ich schon ein bisschen von dem Kleingedöns hier weggekillt. Wenn er noch in Ruhe hier mutten kann. Natürlich kommst du genau hier lang, ne? Hey, willst du mich denn verarschen, Spiel? Der muss natürlich genau hier lang kommen, ne? Wahrscheinlich sieht er mich jetzt sogar noch. Sag ich, ja? Das kann doch nicht wahr sein. Man tut es gleich. Gut, ja. Guck dir das an, der was für einen Schaden raubt. Rausszaule einfach. Na, jetzt geh ich dir noch weg. So. Hallo. Hallo. Ich spür's, flieg. Jetzt sieht er auch, wenn es wieder nass. Zack. Ich hab hier gar nichts gebracht. Aber den haben wir auch erledigt. Dank. What the fuck. No, what the fuck. Aber wie sieht das Netz hier vor Ort aus? Wir haben... Mach dir weinig, mach's dir zu. Einfach so. Du hast dir den Befehlzauber, den wir hier geküllt haben. Alles klar. Ja, bleib am... ...der Kante hängen, ist okay. Was soll ich da zu sagen. Was soll ich da zu sagen? Es ist übertrieben zartkorb gerade. Was soll ich das? Was soll ich da zu sagen? Was soll ich das? Und dann. Das ist ein Dünner. Ich bin nicht da. Wie hast du mich jetzt gesehen? Wie? Das musst du mir jetzt mal erklären, wie du mich gesehen hast. Bisschen ganz larg ist da hier. Naja. Ich hab einfach mal ne Kiste gefunden. Oh, war Schrot drin. Schade. Holy fucking shit ey. Ich weiß nicht was gerade abgeht. Attentäter kaputze. Die sieht schon cool aus. Fuck ey. Wir müssen upgraden auf jeden Fall. Als ich so zerfickt werde. Das ist noch nicht ausgedrückt glaube ich. Ich muss upgraden, upgraden, upgraden. Hier braucht gerade echt gutes Zeug hier eigentlich raus. Das ist ein Bilo Waffen, ne. Muss ich mal das angucken. Echt ganz cool ist für uns. Dann will ich ja nicht ein Schiff upgraden, oder? Na doch nicht. Boah, Alter. Brauchen wir auch noch hier so viel Geld für. Was ist denn los mit diesem Spiel? Ja, halt dich halt nicht fest. Gehst du los, okay. Ist ja nicht so, als würden wir hier lang oder so. Ne, ne. So, ein Arme Pfilzhaber haben wir. Wir haben keinen Gefangenen gefreit. So, wir können uns den da vielleicht mal holen. Ich glaube wirklich den kleinen Scheiß haben wir jetzt hier erledigt. Könnte das sein? Oh, du bist so zu klein. Als ob du das überlebt hast. What the fuck? Junge, wie hast du mich jetzt gesehen? Sie versteckt sich irgendwo. Ja, okay. Er hat mich echt an Zeft unterbrochen. Er hat mich an Zeft unterbrochen. Okay. Sie fällt einfach alles gerade. Danke. Du bist aber kein Atassiner, oder? Zwei haben wir jetzt schon mal. Ich glaube das ist von dem... Ah, das ist glaube ich die von dem Haus... ... äh... ... von Anführer, die Typ, ne. Ja, mach. Halt keinen Angriff. Ist okay Mädchen. Danke. So, haben wir den schon mal weg. Okay, der macht irgendwie gar nichts mehr. Nein. So haben wir rechts dann. Okay. Ja, tust du. Rennen. Stirb. Nicht schlimmer wie da gerade. Aber da kommt gerade einer. Scheiße. So. Was mit euch jetzt? Warum seid ihr denn jetzt auf... ... Krawall gebürstet. Und da stehen jetzt noch nichts. Danke. Ja. Danke. Das stimmt. Ah ne, das gehört dazu. Nächste Mal müssen wir schneller sein. Einfach verschwunden. Einfach verschwunden. Einfach verschwunden. Äh. Äh. Ich will den ganzen Angriff einfach erledigen. So, den haben wir auch schon mal weg. Erleichternd. Der geht mir halt echt hart auf den Sack, der... ...Ansichtziger da gerade. Was machst du? Ja. Dann sind meine Angriffe so stark. Wenn ich ihn auch noch locker wegkriege. Was soll ich noch die hier machen? Die drei Tüten. Wir sind mit diesem Scheiß 73er, der hier gammelt. Und dieser Level 70er da vorne. Meine Fresse. Boah, er geht weg, ne? Ja, er geht weg, ist gut. Hä? So. Ist gar nicht böse, okay. Zack. Gar nichts mit. Hallo, fällt das okay? So, dann haben wir den auch. Was für ein Akt. Danke. Okay. Denen ist erledigt. Das sind Schwertscherbe. Holy moly. So, haben wir dann jetzt hier alles fertig? Boah, Alter. Das war jetzt... Das ist jetzt gerade... Wow. Die Kotze hätte so 100.000 gewesen. Kann ich hier einfach rumlaufen. Welche Level die haben, ey. Boah, nicht gesund, ey. Oh, keiner erzählen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann können wir halt nicht normal weitermachen, hoffentlich. Und hoffentlich kriegen wir vielleicht irgendwann endlich mal einen Schmied. Weil... Wir haben echt Probleme inzwischen. Gut, also haut da rein. Ciao, ciao. Schaut eigentlich auf das Schiff drauf. Mannen. Tschüss. Wir haben einfach angefangen zu haben,ücklich zu Videos. Ein machen draper Noch, raus zu Englunch. Ja, gut. Wander Kackern merchant nach dem Seelequgen. wunderbaron der Karten. Die Klavier 지금은 wirklich nicht verloren. Wir haben, Leute zu sprechen. Vielleicht alles drauf. Wir haben online lite Klavier templom, die� Bringen dann benötiguit selv. Das ist keine KIONkeit. Wir nehmen euch zu bare� auf den Gehide. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Just like the dark side of me I'm not afraid of the dark I'm not afraid of the dark I'm not afraid of the dark